so die nächste challenge vier verschiedene generatoren treten in einer runde während man das twins park unterdrückung dabei hat ich glaube auf englisch heißt es und vielleicht kriegen wir ja mal so nebenbei zähler auf unsere fallen geschichte erschieven so okay die jill ist leicht los kriegst du die ersten und ich kann am gleichen djent reden zack zack hallo 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 mich zum fun bus genau renn weiter renn weiter das ist gut das ist gut so die passt auf nevermind hab nichts gesagt nächster zähler für verschieven und gucken wir mal wo wir gleich den nächsten jenzen treten finden scheiße ich muss uns treten ich muss uns treten komm ich kann auch mal was zu tun da läuft die mika ich würde gerne noch mal den jenzen treten gut den habe ich schon getreten fuck off durch und Scheiße, Scheiße! Da ist ein Dwight. Oh, da ist ein Gem. Geht rein? Scheuer, das lass ich dafür sogar ein Dwight ziehen. Lol. Na, momentieren. Dwight, hallo. Wo bist du denn? Warte. Oder wer ist das? Ach nee, der Mika. Gut. So ein Dwight hätte ich jetzt mal gerne. Dwight, you boy. Where are you? Das ist ein frackwürdig, Alter. Hey. Okay. Gibt es da auch was zu tun, Mr. Bambooze? Gut, erstmal lässt du schön die Füßchen schlottern. Oder baumeln eher. Was ist denn hier mit den Hitboxen los? Da ist nix mehr. Da ist nix mehr. Ja, hast du toll gemacht. Ja, hast du toll gemacht. Ach, jetzt passt er auf. Okay. Na, moment. Du kannst auf einen Wind treten. Aber weißt du was? Komm, wir machen das Fleisch kaputt hier. Das dauert grad viel zu lang, was ich hier mache. Egal. Ach. Das geht nur von Palette zu Palette und lasst uns nix. Das ist kein Hexenwerk. Ich weiß, du ziehst nur jetzt alle Paletten für die anderen weg. Hm, Fenster gebetet hat. Jetzt hast du Fehler gemacht. Hast du noch mal Spaß? Ist das nicht Fun-Fun? Aber in der Zeit gehen keine Gents an. Das wundert mich schon irgendwie, ne? Ich hatte ja mal sehr viel Zeit. Gibt's n' Fairtrade? Es gibt n' Fairtrade. Was treten wir denn nochmal? Jetzt brauchen wir einen anderen Gen zum Treten. Also den hab ich getreten, den hab ich getreten, den hab ich getreten. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch der in der Scheck. Und der da hinten. Bitte sagt mir, dass ihr da hinten irgendwas gemacht habt. Nee, eben nicht. Kacke, Mann. Weg mit dem Müll. Ach, chill. Mäuschen. Abgebrochene Grab. Danke. Danke. Tschüss. Perfekt, da hinten ist der vierte Jen, den ich treten kann, oder? Ich dachte, da bist du ja wieder. Oh Gott, lass uns das jetzt aus. Tja, wenn jemand Teabag dann erwartet, dass er vielleicht ein bisschen was kann. Danke, da ist Gender Mafia. Boah, Sack auf, Mann. Da kannst du dich bei der Jill bedanken, ich habe mir ziemlich alles gezogen. W, T, F. Ich würde meinen Bullshit-Hit haben. Und zwar jetzt. Ich werde mich nicht mehr verletzen, ich werde mich nicht mehr verletzen. Ich hätte nur jetzt mitnehmen sollen. Ich habe nirgends jemanden gesehen. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ich will meine Bullshit-Hitze haben. 99% teure Mäuschen, die töten. Ist die jetzt tot? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, ne? Geh raus mit dir. Bist du wirklich so dumm? Ja. Gut. Mach den Hubs frei. Nice. Okay. Okay. Das war wirklich so dumm weit. Ich hätte das rausnehmen sollen. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Challenge erledigt. Und ein paar weitere 10 auf unser Schiedpunkt. Und die Jill soll jetzt ja nicht rumheulen. Sie wollte Aufmerksamkeit. Sie hat sie bekommen.